Okay, das Game könnte krass werden. Duels. Ich würd ne Deagle nehmen, wenn der droppt. Drop one Deagle and one Duels. Totsuki, drop Duels. Oh, der... Oh. Der cheatet selber. Oh, den spiel ich wohl mit P2K. Okay, der kriegt schon mal einen Tab aus der One-Way, fängt schon mal gut an. Das sind vier Rager. Ja, haben sie geschrieben. Na, noch einer da mit P2K. Nice, der fickt auch einen. Na, der hat mich jetzt leider gefickt. Naja, der ist in der One-Way, ich geh hier ja. Oh, jetzt sollte ich noch haben. Oh, ist das? In der One-Way, ich geh�' mal raus. Oh, wir werden fangen. In der One-Way, ich geh' ja nicht. Oh, wir werden sie doch nicht selber gegen den Wintern. Oh, jetzt soll ich die noch haben. Hä? Boah, mein Aim-Wort hat nicht geschossen Aber er trifft mich halt einfach nicht Ich hatte kurz Angst, ja Das ist halt der Anti-Resolver Wenn du still stehst, kann sie dich halt richtig schwer hitten Ähm, was soll ich mit Scout nehmen? Soll ich dir irgendwas am Thread Limit verändern? Ja, mach ein bisschen runter 1-7 oder so soll passen Okay Irgendwie sowas Achso, wir sind auch 4 Okay, lol 4 gegen 4 kann ganz gut werden Der Rage halt echt auf seinem 100-Win-A-Counter Läuft ja schon mal ganz gut so Ja, ich gehe in die 100-Win-A-Counter Okay, meiner Go 15-15 Ja, wahrscheinlich, vor allem, weil es gegen einen 4 gegen 4 ist und die beschweren sich Ach komm, Alter Was sind das denn schon wieder für die Leute gegen die Ja, ich glaube es auch, Alter Ah, da mache ich auch erstmal Zeus-Clan-Tech Das hier einmal Oh, Force Project Ja, es sind Russen Guter Gut gera... Vor allem, okay, sein Supreme-Account ist halt noch viel trauriger, dass er da drauf cheated What the fuck Verstehe ich nicht so welche Leute Ich auch nicht Okay, ich muss eigentlich gar nichts sagen Ich habe in Prime geraged mit Service Metal und alles Dann wurde ich leider report-bottet War mir aber auch irgendwie klar No, da Vor allem der erste von denen hat Force Project Der andere Aimware Muss halt ziemlich low Einer am pushen Wenn man vom Russen hätte gecarriert, wir zwei sind da Oh Ich dachte gerade, ich hätte meinen Teammate getötet Warte, ich glaube, das sind jetzt vier Rage Äh, fünf Rager Weil ich glaube, die letzte hat gerade auch angemacht Weil Ich bin mir nicht sicher Vier gegen fünf kann ich auch gut mitleben, muss ich behaupten Ist echt so, Alter, das sind echt fünf, glaube ich Ja, wird nice Okay, ne, die in den einen ist Okay Weil die beiden Force Project Rage Und der Aimware Rage Der Look und ich meinte Der Follower hat sich aufgedreht Ich bin mir nicht ganz sicher Oh, der dreht sich nicht Okay Keine Ahnung, wie ich das gesehen habe Okay, das war gerade ziemlich low Oh la, nice, danke Einer lowlife von mir Naja, ich seh's Der ist halt in der One Ray Oh, der ist auch einer One Ray Ich tapp ihn einfach Pass auf Er kann mich halt nicht hiten Wenn ich Anti-Resolver anhab Ein Hit noch Und er ist tot Ah, schade Ah, schade Ja, ich kaufe einfach mal Ohne Kevlar Ist halt gerade ziemlich scheiße gewesen Dass zwei draußen an Aimware gestorben sind Leute in unserem Team sind auch nicht so Peso Der eine ist halt aus Aimware Lobby links Der andere von PU Lobby links Ah, stimmt, ja Ah, der ist low Oh, nice Let's turn on one way Okay, mal von der anderen Seite Okay, never mind So viel dazu Ja, da habe ich mich gerade auch gefragt Aber dieser Anti-Resolver ist echt so geil Ich könnte mich höchstens in dem Buddy hitten Wo ist der Anti-Resolver? Anti-Correction Bei Anti-Aim Macht es auf Two-Side Machst du Ja, das habe ich an Naja, habe ich dir mal eine Sets gegeben Oha Oh, schade Kein Ace Sorry Habe ich nicht gecheckt Ja, ist nicht schlimm Was, wir wollen die Leute aus unserem Team fragen, ob sie ausmachen, weil da jetzt ein 2 gegen 4 ist Mach mal Ah, man Der eine hat Ulo Also der letzte hat 3 AP Und nur Duels, glaube ich Ja, der nur Duels Aber schade Die machen das ja auch zu witzig Schade Na, Accounts sind halt wahrscheinlich RIP, was halt wieder sad ist, weil der fast 10 Wins hatte Na, das sollte RIP sein Das sind Russen, die haben eigentlich nie einen Report, but Ja, aber die haben schon geschrieben, deshalb Einer meinte von Naja, Russen, die schreiben jedes Mal Report, but Also das heißt nichts Okay Und halt, wenn sie dich botten Sag mir einfach Bescheid Dann banne ich diesen mit seinem Service-Metal-Account weg Würde ich schon genießen, ja Ganz ehrlich, wenn die botten, botte ich zurück Sonst botte ich aber auch nicht Ach, du hast auch einen Bot Gut zu wissen, weil ich habe halt keinen Ja, ich habe halt so ein Ding hier, so ein Node-Script da Achso, na gut Boah, ich bin andersrum Ja, wenn der bottet, dann sind die halt auch gebottet Hab einen Der letzte ist in der One-Way Glaube ich Sollten aber haben Nice Das ist halt so OP Du kannst halt einfach stillstehen und musst nicht irgendwie Also dieses Crouch-Peak machen, weil die können dich einfach auch so nicht hitten Na, das ist schon ziemlich nice Das ist halt noch nicht so krass aufgefallen, aber Okay, jetzt heißt es krass Ja, zum Beispiel, wenn sie in der One-Way stehen Musst du dich einfach still hinstellen Dann kannst du die meistens tappen Ja, ich glaube, dieses Two-Sided hat okay, du auch schon Das habe ich schon mal gesehen Ja, ich glaube, die haben sich das auch ein bisschen abgeguckt Ich konnte ihn nicht an den Kopf treffen, ich weiß nicht wieso Na, vielleicht nicht Warte Müssen ja so mad sein Ja, der hier Aim-Murder-Typ, der kriegt in der Eins gleich Der kann mich halt nicht hin, das ist so OP Na, er soll halt ruhig weitermachen Mhm Dich hittet er auch nicht, oder? Mhm, kein bisschen So, jetzt hätten wir ihn Ah, oder? Das resuelvt halt leider gerade nicht so gut Das schießt halt immer auf den Kopf, aber der ist leider zu schnell wieder weg Ich glaube, mit ein bisschen besseren Ping hätte ich ihn schon Gleich haben wir ihn Oh scheiße, jetzt hat er mich kurz gehittet Ich habe keine Munition, oh ich muss weg hier Oh Junge Nein, ich habe mich kurz bewegt Er sagt, dass wir fünf sind, okay Na, schade Okay Ich stelle mich da nicht mehr hin Ja, das Ding ist, ich konnte halt alle bisher tappen Der Aim-Rower war der Erste, der mich gefickt hat Ich habe mich gerade auch gefragt, alter, der Tab war echt schon ziemlich böse, würde ich behaupten Na gut, ich hatte einen AP, kann nichts machen Na, letzter in der One-Way Und welcher ist er? Ja, der Rechten Ich springe Ich springe wieder hoch Ähm, es hat einer ausgemacht, wir sind drei gegen vier Oh chillig Der hat ausgemacht Der Grüne Nice Auf jeden Fall, danke Du musst ausmachen Thanks Ich hoffe einfach, dass Zeus nicht nochmal gelegt wird und dann ist alles nice Ja, der eine hat sich halt verkauft, der eine Zeus-Jude Für Speed Invite hat er halt das an den Esoterik gesendet Na Ist halt schon ein bisschen belastend, wenn man sowas macht Oh ja, piekt doch nochmal Oh fuck Ich habe mich halt bewegt Nein, ich habe mich halt nicht bewegt und er konnte mich treffen Ach so legit Ja gut, legit ist er nicht, aber Aber er raged nicht mehr Kauf ich mir so Auf jeden Fall ist es eh noch T-Side Loll Ich habe offiziell von der E-Mail kassiert Oh, alle drei in der gleichen Runde, ey Alter Und keiner traut sich zu pieken Müsste halt hier mindestens einholen, sonst kann ich es nicht klatschen Egal Muss man sich halt nicht zeigen Kannst du noch bei Stairs rechts Shortpeaken Ich glaube, ich kann es auch in einer One-Way einholen Oh, na, scheiße man, ich habe es hier nicht gesehen Na ja, wir haben eh zehn CT-Runden, das reicht Ja, aber ohne Probleme Green, kannst du mir droppen, Auto? Kann dir drop me green? Ich rede einfach direkt Deutsch mit dem Ja, drop me two, please Oh, na, einer sitzt in der One-Way Äh, ich muss über die Treppe gehen Obwohl, ne, wenn ich hier ganz außen lang gehen kann ich, glaube ich, nicht sehen Perfekt Das hat keiner gesehen Scheiße, ich hätte halt am Rand laufen sollen Na, fast das CTs halt Ich kann, ich kann nicht nachladen Oh, ich habe schon zwei geholt Ich kann nicht nachladen Ich kann nicht schießen Ach so, das ist, ähm Den Bug hatte ich auch schon mal Laden wir irgendwie die Config neu oder so Ich hoffe einfach, wer holt die Runde Ich glaube, du musst eine andere Config laden Und dann den ganzen Kram nochmal neu einstellen So habe ich es zumindest immer gefixt Ah, ich habe eine höhere Pose Ah, ich habe eine höhere Pose Er holt gerade die Nate raus Oh, das war voll fies Tapped Probier das mal Mach eine andere Config ein Ich habe es einfach neu geladen Okay Ich bin ja auch nicht sicher, dass es jetzt geht Sonst musst du halt zur Not Eine Legit Config laden Und dann Na, geht alles wieder Gut Okay Ich bin ja schon Du bist Gilt das Two-Sided eigentlich auch wenn man bückt oder? Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall im ganz normalen Stehen geht's. Der letzte Camp im Spawn. Ich glaube der ist in der One-Way. Weiß halt nicht. Hinter der Box da irgendwo ist in der One-Way. Ich chill einfach mal. Ja. Ah, der kommt. Ah, ich bin schon hinter ihm. Nice. Can you drop an order? Green. Just drop it down I will get it hit the One-Way. Thanks man. Ich glaube jetzt kann die kaufen. Aber sollte auch kein Problem sein. Ja. T-Side. Ich gehe eh gar nicht mehr down. Ja. Ja. Vor allen Dingen Junge. Two-Sided und in der One-Way auf den Kisten. Da muss man ja eh gerade stehen. Weißt du wie OP das ist? Es kann dich eh schon niemand hitten. Ja wirklich null. Alter grad geht aber auch echt perfekt rein. Oh, ich gehe doch mal nicht. Draußen. Ja. 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 Das war aber echt nicht so gut. Ja. Oh, perfekt. Ich bin zurückgekommen. Oh, scheiße. Ah, gut. Ich hoffe, dass er nicht pushen könnte. Ich sollte nicht von meiner Position gehen. Das war ziemlich low. Ja, ich bin auch nur am pushen, wenn die Gegner so schlecht sind. Jetzt kicken die noch ein. Komm, Alter. Als würden die das noch gewinnen. Ist halt ehrlich so. Oh. Oh. Das sind noch zwei Rager. Weiß. Äh, andere auch noch Geld, glaube ich. Ah, ne, das ist der L2. Okay. Not slow. Okay. Ich sehe ihn. Lass ihn auf andre. Egal, ich push ihn. Ah, nice. Okay. Das ist richtig. Nice. Two-sided. Er hat mich halt geschaut. Piekt. Ich stand still. Er konnte nichts machen und ich habe ihn getappt. Mhm. Ja. Muss ich bemerken. Das war schon ziemlich nice. Ja. Das witzige ist, er schießt auf mich, schießt auf Wallbank aber wegen Autoshoot und killt seinen Mate. Sad. Sad. Alter, der Typ tut mir so leid. Hahaha. Scheiße. Nice. Machst du danach noch eins? Ja. Nice. GG. Danke. Hmg. Anne-An 40.